Ich bin nicht das Highlight, Gott sei Dank. Wir kommen zum nächsten Act. Danke fürs Zahreiche Erscheinen, 13. Mal Lubert und uns allen geht es ziemlich gut. Die Musiker haben sich total großartig ausgesprochen über das respektvolle Publikum. In meiner Gruppe sind alle eigentlich auch sehr zufrieden, dass viele gekommen sind und es immer eine schöne Atmosphäre ist. Von den meisten Artists gibt es aber nur kurz, also muss man schauen, gibt es noch CDs oder Langspielplatten. Einiges ist schon weggegangen. Ja, müsst man halt dann schnell schauen. Von zwei Bands, die gestern da waren, die sind auch noch in Wien. Da gibt es auch noch, zum Beispiel von Italienern, Mimes of Wine, die sehr gut ankommen sind, da gibt es noch ein paar CDs. Von dem Begleitmusiker des nächsten Acts gibt es auch ein Album, das keiner kennt. Ihr solltet euch das trotzdem überlegen. Gareth Dixon hat ein eigenes Album, auch oben liegen, aber man kann dann nachher wahrscheinlich mit ihm reden. Ja, und jetzt ganz kurz noch zum letzten Act. Oh, ich darf es nicht vergessen, danach gibt es die obligatorische Torte, ihr wisst. Nachher gibt es Torte, wird ausgeteilt und wenn jemand schnell genug ist, die zweieinhalb Stück und so, dann kriegt er auch ein Stück. Wie auch immer. Dankeschön. Der nächste Act, das ist eigentlich eine Sensation. Da ist so viel Sensation. Die war noch nie in Wien, die war noch nie in Österreich. Die ist eigentlich für viele Jahre quasi verschollen gewesen im Privatleben, weil sie 1970 ein Album aufgenommen hat, irgendwie verweigert hat, vom Manager der Rolling Stones vereinnahmt zu werden. Der wollte so eine Fortsetzung von Mary and Faithful mit ihr erfinden. Sie hat sich zurückgezogen, ist jahrelang im Pferdewagen herumgefahren, hat in Baumhäusern gewohnt. Ich weiß es nicht genau. Und seit ein paar Jahren hat man sie wieder entdeckt. So wie es dem Nick Drake auch gegangen ist, der hat man 30 Jahre nicht beachtet und dann wurde er geholt. Ihre Songs sind heute zum Teil, und die sind 50 Jahre alt, in Advertisements, in amerikanischen Krimiserien zu hören. Es ist ganz ruhig. Bitte lasst euch ein auf die Legende des Festivals. Da steht Panien. Applaus 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 Es war hier vorhin, und es war über meine drei Kinder, die wir alle verletzten. Like he'd be near me for Once I had a child She was smiling Like some tragic kid See it all But she could be near me for Then I had a child Took his while Like nothing's all And he always said Oh, if I can use me Yeah, yeah Oh, if I can use me Oh, if I can use me Oh, if I can use me And he always said Oh, if I can use me Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Thank you. 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 Thank you so much. Thank you. Thank you. This is another old, old song. I think I was about 19 that I wrote it. I was being romantic about, um... Ich hatte viele Lieblingsbefehlungen und nach Hause, vielleicht auch die anderen. Aber ich hatte nicht lebt. Es war nur ein Traum, was es wäre, zu sein, 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 und zu sein, mit einer anderen Person. Das war 1964. . . . So, we should look at her. Sorry, you have to go back. Right, right there. So good to be here. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. 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 Amen. 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 Vielen Dank. I like to walk around you on my Sunday. I like to walk on the board and things you say to me. I'd like to run and jump on your solitude. I'd like to rearrange your attitude to the moon. You say you just want peace and to learn. You see the end before the beginning is ever begun. I would disturb your ease of tranquility. I'd turn away the silent possibility of your smile. I'd sit there in the sun of the things I like about you. I'd sing my songs and find out just what they need to you. But most of all, I'd like you to even know whether... Then I'd just wander away Draining my leaves behind me So you do know That I think I'd just be... That I made you diy... That I came to my mind Thank you so much. Thank you. This is our last song, and it's called Heart to Weep. My daughter is a painter, and she had painted this beautiful painting of a white deer, a heart. Looking back over at the shoulder, knowing that it would never be caught, it has a little smile on its face, and I just loved that painting. I was looking at it one day, and the song came to me, and I thought, well, Heart to Weep, as she's golden, the Heart to Weep, what about Holly? And I asked her if I could use her painting in a different way to make a song about the heart and the head. Sorry, John Martin. Sorry, John Martin. No, I don't want to see. But when I think about the family, Ilosan is just not there anymore. ZANG EN MUZIEK 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 Amen. 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 Oh my. Thank you. Plus, do you want to do an encore? I said, well, if they'd like this. And I said, if they'd like it. The song that we have is called Wayward. It's about how I loved to be on the road. And then I had children. And that put a stop to all of that. But I used to long for the freedom that I had had. Although I adore my children. There's something about that conflict between the domestic unmade beds and the sinks full of washing up. And yes, there was always that conflict. And so I wrote this song about it. How I had always longed to get back on the road. And then, of course, after my children all went away and I was heartbroken, I got back on the road. Sorry about this. Okay. Wayward. I'm sorry. I will get you fixed. I didn't want to be the one, the one who was left behind. While the other one goes out to life and comes back home to find me sitting pretty, but barely surrounded by a house with ghosts in all their sources. And what a bit of dust. Days going by in the clouds with a flower and white washing. And life getting lost in a world of an alternate. I wanted to be the one with blood dust on my boots. And a single silver mirror. And a suitcase full of hands. And a mound of wayward children. For that, I will be the one with a few. I am fervent. I can't do so. And I am fervent. And I am fervent. I am fervent. Amen. 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 Thank you. Thank you. I do need to tune this one. Okay? Thank you. My last song is called Glow Arts, and it's a love song. A love song I never intended to record. It was the beginning of that post-traum journey from London to the Outer Hebrides. And this was the beginning of it. Thank you. I love that. Okay. Okay. How about you? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You. Musik 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 Applaus Am letzten Abend des Bluebird gibt es ihm eine Torte, die ist mal wieder gebacken von der Miriam und sie ist wieder ein Kunstwerk geworden, den möchten Sie uns bitte anschauen. Applaus Schleifst du bitte ein Messer, jemand hat ein Messer für mich und ich übergebe an unseren Festivaldirektor den Klaus, damit ich schneiden kann. Ich würde lieber an Besti Bunyan übergeben wegen dort, wenn ich slice a cake, please. So this is probably the best slice now. Ja, however, you will get your slice if you're fast enough. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020